Hallo und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Wir sind hier auf dem Gelände der Mühle. Und in London. Und hier wurde eine Terrorzelle aktiviert. Und das versuchen wir jetzt natürlich zu verhindern. Sie auszuschalten. Aber wir müssen das mit Vorsicht machen. Denn hier, wie man das schon gut sehen kann, hier laufen viele, viele Scharfschützen rum. Positioniert. Und natürlich noch Wachen, die frei rumlaufen. Jetzt versuchen wir uns mal irgendwie von hinten an die Rand zu schleichen. Ich muss aufpassen. Einer ist hier, ich glaube hier der, der hier lang geht, der ist auch hier hochgekommen. Zumindest lief der vorhin hier oben rum. Verdammt, ich habe zwar unten rechts ausschalten aktiviert, aber die Ziele scheinen noch zu weit weg zu sein. Huh. Okay, meinst du, den kriege ich? Bin ich. Das war gut, aber... Wir gehen mal auf tödliche Waffe. Aber ich schätze mal, dass der gleich entdeckt wird. Siehst du? Das meinte ich. Kein Problem, kein Problem. Okay, Situation geklärt. So, wo ist der Nächste? Der Nächste ist, glaube ich, da oben. Einer läuft noch da hinten rum, aber den können wir, glaube ich, umgehen. Wir probieren es mal jetzt hier hoch. Ich will nicht vorne rumgehen. Genau, wir gehen hier rein. Wo müssen wir jetzt eigentlich stehen? Achso, hier vorne hin, okay. Gut, einen Scharfschützen haben wir noch. Okay, ich hätte eigentlich mit noch ein bisschen mehr Wachen gerechnet hier. So viel ist das gar nicht hier oben. Oh, 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 oh. Also, es ist noch sehr überschaubar. Wir müssen aber hier runter jetzt. Oh, 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 oh. Verdammt, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht. Das war nicht gut. Wo ist denn da einer? Ach, da. Verdammt. Der kommt jetzt natürlich auch. Na, okay. Das ging nochmal gut. Ich hätte das so nah benutzen müssen. Das war jetzt ein bisschen... Okay, ich glaube, das waren sie alle. Wir müssen jetzt hier runter. Müssen wir mal gucken, wo es hier runter geht. Ich habe da hinten, glaube ich, noch eine Leiter gesehen. Kann das sein, dass wir hier runter müssen? Genau, hier runter. Und dann können wir nämlich da hinten rechts rein. Komm schon. Ich kriege den nicht markiert. Ich kriege den nicht markiert. So, jetzt. Das war gut. Das war sehr gut. Okay, scheint ja alles leer zu sein. Moment, wo muss ich hin? Ich bin jetzt... Ich muss eine Etage tiefer. Okay. Wir suchen uns einen Ausweg. Und so wie es aussieht... Geht das nur über den Fahrschulschacht? Das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht das etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer Ausdarmannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Okay. Dann einmal die Mühle durchsuchen. Durchsuchen wir die Mühle. Hier ist es echt verdächtig still. Irgendwie gefällt mir das nicht. Da unten ist keiner, ne? Oh. Sehr gut. Erstmal wieder die Waffen nachfüllen. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Auf der Karte sehe ich jetzt hier. Unten müssten zwei sein. Oh, ey. Und da hinten läuft... Genau, da läuft der Dritte rum. So, hier oben ist keiner. Ja, wo denn? Ihr habt mich doch gar nicht gesehen. Ah, verdammt. Verdammt, das war nicht sehr gut überlegt. Okay, wir sind wieder hier. Also haben wir nicht so viel verloren. Okay, da sollten wir dann doch etwas vorsichtiger planen. So. Drei Mann. Da ist der Zweite. Wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Hier. Was haben wir denn noch? Wir haben Tränengas. Das könnten wir ja mal ausprobieren. Das war gut. Jetzt haben wir nur noch einen. Und haben Ausschalten bereit. Das war perfekt. Oh, oh. Oder doch noch einen. Ich glaube, ich mache mal das Licht aus. Toll. Nur nicht mal die Lampe treffe ich. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Zeigt euch. Deine Brille ist gestört. Oh. So wie es aussieht, fährt da hinten eine Drohne rum. Aber auf die Idee, dass die hier hochkommen, die anscheinend jetzt nicht. Aha, da unten. Wir könnten ja nochmal Tränengas probieren. Nein, 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 bleib stehen. Ah, super. Ach, haltet doch still. Haltet still. Naja, lautlos ist das nicht, was ich hier gerade mache. Aber es funktioniert. Und das ist wichtig. So, jetzt versuchen wir mal. Jetzt trauen wir uns mal runter. Aha, da ist ja die... ...lustige Drohne. Versuchen wir jetzt mal hier. Ah, nein, nein, nein. Okay, jetzt wird da wohl einer kommen. Sicht ist immer noch gestört. Okay, was ist das? Warum kann ich da drauf? Ah, okay. Das ist ein Stromaggregat. Damit machen wir das hier etwas dunkler. Na, hier runter müssen wir nicht. Da müssen wir wahrscheinlich hier nebenan hin, oder? Ach, da kommt schon wieder die nächste. Ja, ich weiß. Immer noch gestört. Schickt der wieder die nächste, oder was? Gibt's doch nicht. Ja. Da kommt schon die nächste. Ja, mal gucken, wie viele der noch im Petto hat. Ja, da kommt schon die nächste. Okay. Wo ist es denn? Wo ist denn der Scheinwerfer, dass das hier so hell ist? So. Das gefällt mir schon besser. Ja, ja, jetzt kannst du keine Drohnen mehr losschicken. Also, der muss die auf jeden Fall irgendwo günstig herbekommen haben, sonst hätte der nicht so viele gehabt. Was? Ups. Entschuldigung, dich habe ich nicht gesehen. Jetzt hätte ich mich natürlich direkt um dich gekümmert vorher. Du hast dich auch gut da drin versteckt. Kompliment. Sehr gut gemacht. Okay, wir machen mal das Licht hier aus. Das stört ungemein. Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Oh, okay. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Gut. Die Zeit ist aber leider vorbei. Und das heißt, wir machen in der nächsten Folge hier weiter und versuchen sie aufzuhalten. Bevor sie ihre sieben Sachen packen konnten und davon schwirren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.